Juristischer-Gedankensalat.de präsentiert Wusstest du, dass das BGB ganze 2385 Paragrafen hat? Und hast du dich auch schon verwirrt im Irrgarten des Zivilrechts? Da gibt es etwas aus dem Beck-Verlag. Auf 893 Seiten erklärt der Studienkommentar zum BGB von Kropolla das BGB. Der Studienkommentar stellt eine einzigartige Kombination aus Lehrbuch, Kommentar und Repetitorium dar. Jede Norm wird hierbei grundlegend seziert. Der Autor führt den Studenten über die Anwendungsvoraussetzungen hin zur Rechtsfolge. Etliche Literaturhinweise bieten die Möglichkeit der gezielten Vertiefung des Stoffes. Dem Studenten wird hierbei ein Arbeitsmittel an die Hand gegeben, was die optimale Vorbereitung auf die Zivilrechtsklausuren und die mündliche Prüfung im Staatsexamen bietet. Die hier rezensierte 13. Auflage ist auf dem Stand von Juni 2011 inklusive aktueller Rechtsprechung und Literatur. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Wie auch schon beim Kommentar zum StGB von Jöcks kann ich diesen Studienkommentar nur empfehlen. Diese Kombination von Lehrbuch, Kommentar und Repetitorium ist eine einzigartige Möglichkeit, sich tatsächlich gezielt vorzubereiten. Der stolze Preis von 34,90 Euro mag zunächst abschränken. Wird aber, betrachtet man die Vielzahl an Literatur, die man anderweitig bräuchte, eigentlich dann wieder günstig. Es ist nicht mehr nötig, den Palern zu durchforsten oder versuchen, den Myko zu verstehen, denn der Studienkommentar versteht den Studenten und der Student versteht ihn. Daher Prädikat kaufenswert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020